Ich habe in der letzten Folge die Nord hier in diesem Lager davon überzeugt, dass sie bei uns bei unserer Verteidigung hier von ebenherz unterstützen. Es war gar nicht so einfach. Dazu hat sich Calrissa zusaufen müssen und mit den Holzfällern und Marken, Esquattern und mit drei verschiedenen Leuten hat sie sich prügeln müssen. Und ja, das in betrunkenen Zustand. Und jetzt nehmen die Nord-Calrissa ernst. Die haben also praktisch Bruderschaft geschlossen oder Schwesternschaft, ganz wie man mag. Und wir gehen jetzt zur nächsten Baustelle. Mal gucken, wer da ist. Ich muss noch die Argonia und die Doppelhelfen überzeugen, die Stadt zu verteidigen. Das kann nicht sein. Das würden sie nicht tun. Wie meinen? Reden wir ihn mal an. Ich kann euch keinen Trost bieten. Tut in der verbleibenden Zeit, was ihr für das Beste haltet. Was bereitet euch Kummer? Ich bin ein Jünger des Tribunals. Mein Volk wendet sich an mich, um Trost zu finden. Doch ich habe ihnen keinen zu geben. Die drei schweigen. Ich erhebe meine Stimme, aber sie antworten nicht. Das Bündnis kreist ebenherz ein. Und ich kann nicht einmal um Weisheit beten. Warum könnt ihr nicht an die drei beten? Das Tribunal straft das Volk für meine ungläubigen Taten. Die Schreine für Almalexia, Sotasil und Vivek sind von einem widerlichen Gestank und zornigen Alit umringt. Bitte Reisende, tut, was ich nicht vermag. Verbrennt diese Blumen an den Schreinen. Dann betet für Ebmerz. Ich nehme all, wenn ich Morrowind gespielt hätte, ich bin ja erst bei Oblivion eingestiegen, würden wir den Namen Almalexia, Sotasil und Vivek was sagen. So habe ich den Namen zwar schon mal gehört, aber ich kann nicht wirklich was damit anfangen. Es muss echt aus Morrowind noch was sein. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal in die Kommentare was dazu schreiben. Ich werde sehen, was ich tun kann. Verbrennt die Blumen an jedem der Schreine. Sie sind eine seltene Art der Goldkanett, die man Rolands Tränen nennt und die den Dreien heilig ist. Ich bete, dass sie euch erhören. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass die Quest nichts damit zu tun hat, was wir gerade angefangen haben. Das ist wahrscheinlich noch eine andere Quest. Aber gut, können wir ja eventuell mit erledigen. Klingt ja nicht sonderlich schwierig. Hallo. Vielleicht können wir die auch in dieser Folge mit erledigen. Das ist wahrscheinlich eine kleine Quest, eine Mini-Quest mit 72 Erfahrungspunkten oder Gold oder was. Keine Ahnung. Warte mal, Akulizitrin sollte mir das sagen. Geht mit dem Segen des Tribunals. Im Namen des Fürsten, der Mutter und des Zaubermeisters. Und mit deinem Geist. So, äh. Überzeugte Dunkelelfen. Ja, das war eindeutig der Falsche. Zum Großeltern geht es noch. Äh, sage mal. Die Schreine liegen außerhalb der Stadt. Im Norden, Südosten und Südwesten. Also, okay. Viveks Schrein ist auf der anderen Seite des Flusses, südwestlich von Ebenherz. Der von Al-Malaxia befindet sich im Südosten. Der Schrein von Sotasil liegt auf einer Insel nördlich des Viertels der Argonia. Und vielleicht hat das doch was damit zu tun. Wir machen das gleich. Was soll ich an den Schreinen tun? Verbrennt die Blumen an jedem der Schreine. Sie sind eine seltene Art der Goldkanett, die man Rolands Tränen nennt und die den Dreien heilig ist. Ich bete, dass sie euch erhören. Und tschüss. Ja, doch, irgendwie scheint das damit zusammenzuhängen. Dann tun wir das mal. Wie können sie so viel trinken, ohne umzufallen? Ja, die fallen dann schon um. Da muss man nur ein bisschen mit der Waffe nachhelfen. Dann fallen sie schon um, die Nord, wenn sie betrunken sind. So, wo genau muss ich jetzt hin? Da hin. Da hin und da hin. Ne, bei den Nordlichen zuerst. Jeje. Muss wohl doch irgendwie damit zusammenhängen. Hat erst ausgeschaut wie eine ganz eigenständige Quest. Aber vermutlich brauchen die Dunkelelfen den, jo, sozusagen göttlichen Beistand. Mal Ebenherz aus dieser Perspektive anschauen. Jo, hat was. Akolytien. Moment. Die sehen mich schon wieder. Da, einfach. Statt 75 habe ich jetzt maximal 85% Chance. Wörst du was? Ich probiere das mal. Schwupp. Habe ich jetzt Kopfgeld? Ne. Hat nix gemerkt. Sehr schön. 85 ist schon besser als 75. Gut, das wollte ich mal testen. Äh, ja, trotzdem sind es keine 100%. Man kann also trotzdem dabei erwischt werden, ne? Aber es hat sich offenbar doch gelohnt, in Lug und Druck hier was zu investieren. Da werde ich Kaldrisse und Melaya gleich halten. Da brauche ich nicht immer nachschauen. Wer von beiden, wie weit ist es, weiß ich dann ganz einfach auswendig. So, ich will da hoch. So, schreien von Sotasil. Also Sotasil, den Namen kenne ich überhaupt nicht. Die anderen, Almelexia und, äh, Vivek hatte ich immerhin schon mal gehört. Diener von Sotasil. Sprecht. Sildras möchte wissen, ob das Tribunal seine Gebete erhört. Alle Gebete werden gehört. Doch nicht alle werden erhört. Wollt ihr damit sagen, Sotasil ist es gleichgültig? Jedes kleine Rädchen treibt ein größeres Getriebe an. Jedes Teil ist nötig. Sonst breche das Ganze zusammen. Wenn ein Rädchen unter seiner Belastung erzittert, so spürt dies der Uhrmacher. Doch er erlegt keinem Rädchen mehr auf, als es aushalten kann. Und ja, vielleicht klärt uns das Spiel sogar selber auf, wer das ist. Wer ist Sotasil? Zaubermeister. Mystiker. Herr der Stadt der Uhrwerke. Architekt der Zeit und einer, der das Reich des Vergessens bindet. Der Meister jener Werkzeuge, die bislang jeden gemeistert haben. Stellt euch diese Antwort zufrieden? Jetzt stellt sich mir sogar noch mehr Frage. Na klar doch. Sucht, lernt. Wenn ihr bereit seid, sucht den Meister auf. Er wird daran interessiert sein, eure Schlussfolgerungen zu hören. Und tschüss. Also, jetzt haben wir erfahren, es ist scheinbar irgendwie so eine Art Gottheit für Magier oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Ist ein großer Unsicherheitsfaktor. Sag mal, diese Blumen sind doch bestimmt auch questrelevant, oder? Irgendwie stechen die so hervor, als sollte man die irgendwann mal sammeln. Mein neues Flammenrost. Ich komme vor wie einer der Reiter der Apokalypse. Da gibt es noch ein Gemälde. Ich glaube, von Albrecht Dürer war das. Das muss ich mir mal auf dem Laptop herholen. Moment, das will ich gerade wissen. Ja, ich habe das Bild Reiter der Apokalypse jetzt am Laptop. Doch, schaut irgendwie, also, es ist kein Gemälde, sondern ein Stich. Ich dachte, es ist ein Gemälde. Naja, man kann ja nicht alles wissen. Irgendwie kommt mir mein Errost durchaus so vor wie das, was man da sieht. Nur, dass man auf dem Stich jetzt keine Flammen oder so, keine Flammeneffekte sieht. Ich jedenfalls erkenne auf der Auflösung nichts zugleich. Äh, was wollte ich jetzt? Achso, ich wollte zu den anderen schreien. Derjenige mit der schnellsten Klinge legt die Regeln fest. Also, einmal rechts abbiegen. Hallo. Ja, ich muss irgendwie schauen, dass ich Diebeskunst auf Level 7 kriege, damit ich noch ein Punkt da einsetzen kann in Taschendiebstahl. Dann dürfte es schon zu 95% gelingen. Wenigstens einfache Taschendiebstahle. Stab, Taschendiebstahle, Taschendiebstähle. Rauf da, ich will... Ich komme im Auftrag meines Herrn. Oder vielleicht war ich auch schon immer hier und euch fehlte nur die Fähigkeit, mich zu sehen. Jünger Sildras wundert sich, weshalb das Tribunal schweigt. Taten sind überzeugender als Worte. Ein erfahrener Poet sorgt dafür, dass andere zur rechten Zeit am rechten Ort sind, um so die eigenen Wünsche und Sehnsüchte zu erfüllen. Doch die Frage, die Sildras gestellt hat, ist nicht die Frage in seinem Herzen. Und wie lautet die Frage in seinem Herzen? Ein Mann der vergifteten Worte säte Zweifel in Sildras Herz. Er sagte, der Poet sei dem unterlegen, was er einst war. Sagt dem Jünger, dass Viveks Worte, sein Verstand und seine Kriegsführung so scharf sind wie eh und je. Was ist Vivek auch jenseits dessen? Ich ahne schon, wer der Mann der vergifteten Worte ist. Derselbe, der auch schon bei den Norden versucht hat, das Holz aufzukaufen, damit sie verschwinden. Wer ist Vivek? Vivek ist ein Kriegerpoet. Die ruchlose und doch edle Seele seines Volkes. Er führt und beschützt alle. Sein Auge und seine Zunge sind scharf. Weit reicht sein Einfluss. Noch weiter sein Speer. Wie kann jemandem aus Morrowind eine solche Frage über die Lippen kommen? Ihr scheint überrascht, dass ich frage. Die Lehren von Vivek liegen neben jedem Bett. Viveks Psalme werden von den Lippen jeder Jungfrau gesölft. Die Weisheit des Poeten macht sein Volk so unnachgiebig, fähig und beständig wie ihn selbst. Jeder kennt Vivek. Denn so hat er es bestimmt. Also eine Gottheit für Krieger, so wie es ausschaut. Dann wird jetzt wohl einer für Heiler kommen oder was haben wir denn noch? Oder für Schurken? Für Schurken haben wir noch keinen gehabt. Krieger, Magier, weil Heiler sind im Grunde auch Magier. Seid gegrüßt. Ja gut, Templer, ich weiß nicht. Ich kann ja hier auch Templer spielen. Das sind ja bessere Heiler als Magierheiler mit Heilstab. Da weiß ich nicht so recht, soll ich die als Krieger oder als Priester oder als Magierheiler. Keine Ahnung, wie ich die einordnen soll. Hallo, da will ich gar nicht hin. Ich will da hinten hin. Grüß dich auch. Oh, da gibt es neue Nebenquests. Da gibt es genug zu tun für mich. Also eine Rolle mit einer Waffe auf dem Rücken. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich habe ja einige Jahre Ninjutsu gelernt, neben Karate. Und dann gab es auch Vorwärts, Seitwärts, Rückwärts, Rollen und so weiter. Mit der Waffe in der Hand? Ja, kein Problem. Aber mit der Waffe auf dem Rücken, ich wüsste nicht, wie. Ich will es nicht ausschließen. Ich will es nicht ausschließen, vielleicht geht es ja. Und ich habe bloß nie gelernt, wie das geht. Aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Also das ist ein bisschen... Hm. Äh. Technisch betrachtet ist es also, eine ordentliche Rolle macht man schräg über den Rücken. Also so, wie das Schwert jetzt gerade am Rücken liegt, sollte ich rollen. Oder... Also von... Über die linke Schulter zur rechten Hüfte. Vielleicht... Rollt ihr über das Schwert? Sorry, die Frage ist jetzt wichtig für mich. Für euch wahrscheinlich eher marginal, aber... Über den Schwert in den Griff kann oder kann man nicht rollen. Das ist definitiv Fakt. Ich bin gerade mal überlegen, ob man über die linke Schulter rollen könnte. Schwert in der Hand, wie gesagt, wäre kein Problem. Also wenn, dann über die linke Schulter schräg rüber zur rechten Hüfte. Das ist die einzige Chance, die ich sehe. Will es jetzt nicht gänzlich ausschließen. Ich kann es aber auch nicht probieren, weil ich keine solche Halterung habe, dass ich etwas am Rücken befestigen könnte. Sonst würde ich es bestimmt bei Gelegenheit mal testen. Wie lautet die Nachricht? Irgendwie kommt man da ein bisschen vor wie nokturnal. Ist da noch etwas? Sagt ihm, dass meine Herren sich seines Zweifels und seiner Furcht bewusst ist. Doch keines von beiden ist eine Schande, wenn er weiter anderen beim Tragen ihrer Lasten hilft. Wenn er anderen hilft, wird das seine Ängste lindern. Doch wenn er seine Verzweiflung weiter verbreitet, wird ihn meine Herren züchtigen. Und wer ist Almalexia? Ah, ihr seid das Kind, dessen Seele gestohlen wurde. Meine Herren sorgt sich um euch. Almalexia ist die barmherzige, heilende Mutter der Dunnmeer. Sie wird von allen Mitgliedern des Tribunals am meisten geliebt. Also der Heilerin. Dann werden wahrscheinlich die Diebe zu Vivek beten, oder? Das kann doch nicht alles sein. Ich bin nur eine Dienerin und Gesandte meiner Herren, keine Lehrerin oder Priesterin. Such die Tempel und Bibliotheken auf, um mehr zu erfahren. Vielleicht könnt ihr zur rechten Zeit auch mit Almalexia selbst sprechen. Vermutlich sogar. Das ist wahrscheinlich eine typische Sache des Ebenherzpaktes. Weil Almalexia, Vivek und den anderen Namen kann ich mir nicht merken. Sie sind mir in den anderen Gebieten nicht mehr begegnet. Und Vivek war, glaube ich, auch eine Stadt in Morrowind. Ich habe Morrowind mal ganz, ganz kurz angespielt. Bin aber überhaupt nicht zurechtgekommen damit. Also ich meine, Vivek war eine Stadt auch in Morrowind. Falls ich da jetzt nicht was durcheinander bringe. Ich bin schon beim ersten Gegner abgekackt. Und das war irgendwie so eine lumpige Made, so eine Larve. So eine, ja, ich weiß nicht, wie die heißt. Ich kann den Segen, der auf euch liegt, spüren. Das ist eine Macht, die ich selbst seit vielen Jahren nicht mehr gefühlt habe. Ich soll euch Trost spenden, Almalexia. Behütet uns, verletzt sich darauf, dass ihr ihren Kindern beisteht. Ich, äh, ich verstehe. Ich hatte nicht bedacht, dass es ernstere Bedrohungen gibt als die Invasion des Bündnisses. Man würde meinen, ich sollte das doch wissen. Denn schließlich ist Kalthafens verräterische Ader uns nur allzu gut bekannt. Was ist mit Sotasil? Sein Gesandte sagte mir, er wisse, dass ihr stark genug seid, um eure Aufgaben zu bestehen. Scham erfüllt mich. Die drei haben mehr Vertrauen in mich gezeigt als ich in sie. Ich wage es kaum zu fragen. Aber was ist mit Fürst Vivek? Er meinte, ihr solltet euch keine Gedanken über eure Warnsorgen machen, dass er nicht das ist, was er einst war. Dass er nicht das ist, was er einst war. Hä? Wie bitte? Den Satz verstehe ich nicht. Er meinte, ihr solltet euch keine Gedanken über eure Warnsorgen machen, dass er nicht das ist, was er einst war. Habe ich nicht kapiert. Muss ich vielleicht auch nicht. Ja, ich hätte es wissen sollen. Vivek ist der raffinierteste der drei. Es ist wahr. Ich habe einem Dunmeer Rat erteilt, der an seinem Glauben zweifelte. Er erzählte mir, dass Tribunal verliere an Kraft. Hatte dieser Dunkel Elf irgendwelche Beweise dafür auf den Namen bin ich gespannt. Nur indirekt. Wir sehen jedes Jahr weniger von den dreien. Sie unternehmen nicht länger ihre alljährliche Pilgerreise zum Roten Berg auf Wartenfell und niemand weiß warum. Es schien alles so überzeugend, als er es sagte. Wartenfell muss auch in der Provinz Morovinz sein. Wie lautet der Name dieses Dunkel Elfen? Er heißt Ravil Urano. Er ist seit Tagen nicht mehr zum Gebet gekommen. Er war so verzweifelt. Ich glaube, er hat sogar das Waschen aufgegeben. Als ich ihn das letzte Mal sah, stank er schrecklich. Wie frische Eingeweide. Vielleicht ist er untot. Interessant. Die Bestien um die Schreine herum wurden von aufgehäuften Eingeweiden angelockt. Aha, ist mir gar nicht aufgefallen. Aber wieder Ravil Urano. Der ist bestimmt auch... Was? War ich solch ein Narr? Ich habe aus den fadenscheinigsten Gründen an meinem Glauben gezweifelt und so auch in anderen Zweifel gesät. Ich habe viel zu tun, um diesen Fehler wieder gut zu machen. Ich wünschte, ich wüsste, warum Ravil Uranos Worte des Zweifels so überzeugend waren. Quest abschließen. Überzeugt die dunklen Elfen. Dann würde es mich überhaupt nicht überraschen, wenn auch bei den Argonen wieder dieser Urano die Finger im Spiel hätte und da irgendwas sabotiert hätte. Werden wir sofort überprüfen. Und das kommt auch noch in diese Folge rein. Ich will da nichts splitten. Die Folge ist in ungefähr 10 Minuten voll. Hallo. Aber wie gesagt, ich teile das jetzt nicht. Weil sonst sind vielleicht 5 Minuten in der nächsten Folge über das Thema drin. Und das glaube ich ist schlechter Stil. Das versuche ich zu vermeiden. Warte mal. Vermeiden. Überzeugt die Argonia. Ja, und da geht es irgendwie um den Mord an einem Baum bei den Argonen. Da bin ich mal neugierig. Was Argonen überhaupt mit Bäumen zu tun haben, das hätte ich jetzt eher von den Waldelfen erwartet, solche Schichten. Ein weiterer Fremdling schwimmt in unseren Schlamm. Moment. Erstmal umschauen. Ey, die sind was wert. Die nehm ich mit. Die sind mehr wert als das übliche Zeug, was man so findet. Das kommt mit. Da kriege ich meine Erfahrungspunkte. Allerdings erst, wenn ich das Zeug bei einem Healer abgebe. Kann ich nicht. Gibt es hier noch was zum Abgreifen? Kleinen Rahmen. Damit mühe ich mich jetzt gar nicht ab. Die bringen auch nicht viel Erfahrung. Nicht mehr jedenfalls. Kann ich die auch mitnehmen? Ja gut, dann gehen wir uns damit zufrieden, was wir haben. Ich liege mit euch nicht im Zwist. Lasst uns sprechen. Doch wisset, dass ich mit meinen Zähnen statt meiner Zunge sprechen werde. Falls ihr vorhaben solltet, unseren Hist zu töten. Ach, um den Baum geht es um den Histbaum. Okay, dann verstehe ich die Sorgen. Was stimmt nicht mit dem Hist? Und was kann man tun, um euren Hist zu retten? Das einzige, was wir tun können, ist ihn zu düngen. Wir benutzen Krabbenfleisch, das in Aschenschilf gewickelt wurde. Beides findet man hier in diesem Viertel recht oft. Wir haben auch Wachen um den Baum aufgestellt, um die Dunnmeer fernzuhalten. Ich werde etwas Dünger für euch sammeln, also wahrscheinlich... Wenn ihr uns helfen wollt, sammelt die Gegenstände, um die ich gebeten habe. Aschenschilf wächst in den gezeigten Becken in unserem Viertel. Und Schlammkrabben leben an der naheliegenden Küste. Sammelt ein paar Exemplare von beidem und legt sie an die Wurzeln unseres Hists. Jetzt wird es interessant. Wer hat euch erzählt, dass die Dunkelelfen ihren Hist vergiften? Das war bestimmt dieser Urano oder wie der heißt... Einige von unserem Volk haben gehört. Wie ein Dunkelelf mit anderen seiner Art gesprochen hat. Er fragte sie, ob sie gesehen hätten, wie die Drehs zu unserem Hist gerudert sind. In ihrem Boot hat er Krüge voller Gift gesehen. Das ist nicht schwer zu glauben. Und wer war dieser Dunkelelf? Ravil Urano. Habe ich es doch gewusst. Meine Leute belauschten ihn in der Herberge. Er war betrunken und redete viel zu laut. Doch keiner sprach ihn direkt an. Es ist nie klug, als Argonia einen Dunkelelfen zu reizen. Insbesondere in jüngster Zeit. Wir sind hier sehr fern von Schwarzmarsch. Mit dem werden wir uns wohl noch anlegen müssen. Mit diesem Ravil Urano. Es klingt ganz so, als ob keiner der Argonia die Drehs das Boot oder das Gift tatsächlich gesehen hat. Nein, aber es ist nicht schwer zu glauben, oder? Die Drehs halten uns für kaum mehr als Tiere. Doch der Pakt hat uns befreit. Was sie nicht versklaven können, das zerstören sie. Und warum sollten die Drehs das tun? Für die Drehs waren die Argonia nie mehr als unzivilisierte Wilde. Wir mussten zivilisiert werden. Und das taten sie, indem sie uns als Sklaven auf den Plantagen und in den Minen arbeiten ließen. Doch genug davon. Nun sitzen wir ja neben ihnen im Rat. Und tschüss. Okay, das war auch schlussreich. Da wissen wir ja schon, wer hier Salz ins Getriebe steuert. Die Indizien sind eindeutig. Da brauchen wir gar keinen Beweis mehr. So, und ich habe ja geahnt, dass diese Pflanzen da... ...dass diese Pflanzen da noch eine Bedeutung haben. Also Schilfsbüchel. Und hier müssen auch nur irgendwo Schlammkratten sein. Einer. Flechtkorb. Moment, was gibt's denn da? Gut, irgendwer beobachtet mich, dann lassen wir das. Bumm. Die hält ganz schön was aus. Ja, ist eine Veteran 6 Schlammkrabber. Schlammkrabbenfleisch. So. Einfache Sammelquest. Aber viel wichtiger für uns als das Zeug hier sind die Indizien, um den Gewissen durchzublicken. Und eins noch. Da ist auch gleich noch eine Schlammkrabbe. Und guten Flug. Na? Hm. Ach, da hinten. Die hat sich wohl durch den Boden durchgefruddelt. Manche Viecher könnten das ja. Und damit überraschen sie mich immer wieder. Schlammkrabbe. Schlammkrabbe. Und. Wo ist die nächste? Eine brauchen wir noch. Fisch. Fischgrund. Ich sollte mal gucken, ob es ein Update für das. Für das. Hoppala. Mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Und das Viech hat das A noch überlebt. Meine Gott. Eine Ultimate und die Schlammkrabbe überlebt das. Ist das peinlich. Also die Ultimate ist echt ein bisschen schwach. Halt. Was habt ihr da? Niemand darf sich dem Histbaum nähern. Besonders. Keine Fremden, die behaupten, uns helfen zu wollen. Wir haben gerade einen Dunkelelfen erwischt, der den Baum vergiften wollte. Ich habe nur die Zutaten, um die ihr gebeten habt. Eure Worte riechen gut. Aber die Wahrheit liegt im Geschmack. Wollen wir mal sehen, was ihr da habt? Nur Krabbfleisch und Aschenschilf. Ja. Ich zeige euch die Schuppen der Entschuldigung. Während ihr fort wart, haben wir einen Dunkelelfen gefangen, der unseren Hist entweite. Bitte setzt den von euch gesammelten Dünger am Fuß unseres Hists ein. Solange ich bei euch bin, werden euch die Wachen durchlassen. Erzählt mir mehr über den Dunkelelfen, den ihr gefangen habt. Eine unserer Wachen eskortiert ihn zu meiner Hütte. Er scheint halb verrückt zu sein. Er hat unserem Baum etwas angetan. Und anscheinend stammt er aus dem Haus Drees. Anscheinend. Das werden wir noch überprüfen. Lasst uns jetzt zum Baum gehen. So, dünkt den Histbaum. Grüße. Tag. Ist Setzling benutzen. Es ist vollbracht. Trefft mich in meiner Hütte. Schürt nicht meinen Zorn. Moment. Wenn ich deinen Zorn schüren soll. Moment. Ah, ich kann das Ding doch aufheben. Gerade ging's doch. Hallo. Ich will das da mitnehmen. Kann ich da hoch? Ah, Moment. Da war gerade was. Helm. Stehlen. Gut. Den Helm können wir stehlen. Und dieses Messer dann nicht. Nun scheint mir ein törichtes Hirn gespinst. Ja, egal. Lassen wir das. Offenbar haben wir Beweise dafür, dass die Drees versuchen, unseren Baum zu ermorden. Das ist der Dunkelhelf, den ihr erwähnt habt. Während ihr Fleisch von Schlammkrabben und Schilfsammeln wart, erwischten ihn die Wachen, als er versuchte, unserem Hiss zu schaden. Wir bekommen nicht mehr aus ihm heraus, als seinen Namen und sein Haus. Da ist doch was vor. Die Gerüchte scheinen wahr zu sein. Das Haus Drees versucht, unseren Hiss zu töten. Hm. Was hat er mit dem Hiss getan? Er kratzte an der Rinde unseres Baumes und leckte daran. Als die Wachen nach ihm riefen, ließ er eine leere Flasche fallen. Doch jetzt ist er sehr krank. Die Wahrheit ist so klar wie Massers Atlitz. Lasst mich mit ihm sprechen, denn werde ich die Wachen schon rausholen. Tut, was ihr wollt, aber sein Geist kocht. Seine Worte huschen umher wie eine Schlammkrabbe in der Pfanne. Von ihm werdet ihr kein Nasser halten können. Davon überzeuge ich mich schon selber. So, du bist nicht wirklich ein Drees, oder? Das ist ein Komplott. Ich kann die Sporen an meinen Fingerspitzen fühlen. Kann sie nicht abwischen. Muss sie abschneiden. Die Finger? Gib mir doch bitte ein Messer. Bitte. Der ist nicht ganz dicht, als ob da unter dem Homma steht. Was habt ihr mir jetzt angetan? Was ich mit ihm gemacht habe? Was hat er mit mir gemacht? Ich sehe, ich fühle, ich bin wach. Ich habe ihn berührt. Er rauch nach Blumen und schwarzer Erde. Er schmeckte wie Regen und Sommerwind und das tiefste Grün. Ihr habt dann den Baum geleckt? Er sagte mir, der Saft des Baums wäre besser als jedes Koma. Und er hatte recht. Er sagte mir schon, dass die Argonia wütend werden könnten. Denkt ihr, sie sind wütend? Ich finde, sie sehen immer böse aus. Das liegt an diesen Zähnen. Ja, dreimal dürfte erraten, wer mit er gemeint ist. Bestimmt ein gewisser... Ach, ich komme immer nicht auf den Namen. Ihr hattet eine Flasche. Was war darin? Er gab mir die Flasche. Meinte, sie wäre für den Baum. Ich dachte, es wäre Skoma. Ich habe es probiert. War aber schlecht. Also habe ich es an eine Echse verfüttert. Ist ja auch nicht bekommen. Ist gestorben. Oh. Die Flasche ist kaputt. Wie soll ich sie denn jetzt mit Harz füllen? Dann war mein erster Eindruck, dass der Skoma süchtig ist, gar nicht so falsch, ne? Jemand hat euch dazu ermutigt. Wer? Ich habe ihn vorher nie gesehen. Ich bettelte ihn um ein paar Münzen an, um mir mehr Skoma zu kaufen. Es war ein Dunmer. Jemand nannte ihn... Bravil? Wevil? War aber ja... Ravil. So wie sie. Haben wir uns das doch gedacht. Ravel Otran oder so ähnlich, ne? Ravel? Ich fasse es nicht. Ravel. Erkennt ihr den Namen wieder? Ravel Urano behauptet, er hätte gesehen, wie das Haus Dres unseren Histbaum vergiftet hat. Dann hat er dieser baumleckenden Verschwendung von Fleisch eine Flasche gegeben. Ich rieche Wurmdreck. Jemand hat uns zum Narren gehalten. Und ich glaube inzwischen nicht mehr, dass es das Haus Dres war. Gut so. Da haben wir wohl eine Aufklärungsarbeit geleistet und Vertrauen gewonnen. So, sprechen mit Dratus Otral. Abgeschlossen der Setzling. Habe ich gerade einen Championpunkt erhalten? Ne, fehlt noch ein bisschen was. So, hier mache ich mir eine neue Folge auf. Das ist noch Stoff für bestimmt eine Viertelstunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.